die nachdem ich vom Klo wieder gekommen bin Ehe, auf dem anderen Schuh habe ich das aber Na, ätzt ihr auch schön Boah, das ist echt ätzend Ja, dankeschön, dass du auf das Fass geschossen hast Hab ich nicht Ich glaube, es war eine Flosche ja, kann sein warte, ich will ja aber es war ungewollt Jo, jo Hätte ich jetzt auch gesagt als ob ich gewollt auf die Dinger schießen will, wenn da ein Kamerad liegt Ich glänzt durchs Feuer, das ist ja schon klar Und? Das ist noch nicht schlimm? Ja eben, mach keinen Damage Auch wahre Kammerjäger kann das nicht machen Ah, macht das nämlich ein Glückscharm Was ist denn dieser Kammerjäger-Modus? Das ist der gleiche Ab der Modus hier geht bis Level 30 Und der wahre Kammerjäger von 30 bis 50 Das ist einfach ein Tick schwerer Also im Spielverlauf 2 Genau Die Bulli-Mongs manchmal anfangen sie einfach nur mit Säure Also das ist viel, viel schwieriger Aber du hast halt deine Waffen, die du halt Ja und da kriegst du auch direkt mal ein paar Millionen Genau Nach früchten Spieltas ein paar Millionen auf einmal schon Oh, ich hab ein cooles Class-Mod für mich Setz dich direkt mal ein, Gesundheitsregeneration und so Äh Wer ist denn da schon weitergegangen? Hachchen, letzte Jetzt müsst ihr euch gleich mal den Blue-Screen angucken, da Tagchen Okay, I'm the Firehawk Das ist so geil, ne? Tagchen Jetzt fütter ich sie erstmal mit Drogen Du musst ja den Blue-Screen durchlesen, das ist richtig geil Ah, zeig mal Wart mal, nix tun, dann hol das mal Und das müssen wir durchlesen Hab ich auch noch nicht gemacht Und wie kannst du das bitte schon lesen? Erzählst mir erstmal 1080p Warte, ich versuch's mal fortzuhren, das obere ist ein bisschen schmier zu Äh, zu lesen Hate zu liebe Borna auf Äh, Bands irgendwas But your system's pretty Äh, das kann ich nicht lesen Baby, if you download less or vet Und auf wird illegal traction porn Your machine could be all jacked up You should properly be embarrassed If this is the first time Hey, hör mal, das geht zu Jesus Is this the first time you're You're seeing this And it's only because no one else has caught you yet Äh, tell you what's gonna happen here You're going to put Download Gravica You see, and scrap that chunk of my keyboard And then maybe your search history won't accidentally be mailed to your grandma You're picking up with them Laying down Stop, please, God, stop Wir haben hier so'n anderes Facebook Da schreibt Lilith zu Roland Hey, I love you, call me I was just thinking about you again Just thinking about you I need a little strength Trailer roll at Tidard Gun Homeschooled 2814 RELATIONSHIP with Lilith DAS SINZO DETAILS DAS DETAILS DERE ACHTEN DIE MESTS GARNICHT DROP HALT BELT BELT Das Blüste gilt nicht Ihr müsst mal, wenn Ihr Ich muss da jetzt essen Ich muss mal jetzt essen, das weiß ich Wenn Ihr im Sanctuary seid, ne Ja Dann müsst ihr mal, ähm, vor Moxys Bar Beim Schwarzhändler müsst ihr mal aufs Gespräch von dem einen Typ achten, ne? Ah, das ist auch geil. Der eine, der dann erzählt, dass er Lille flachgelegt hätte. Ja, genau, er hat auch eine schlimme Lille-Sex gehabt. Krass, das wusste ich, das hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Das sind so Details, auf die muss man einfach achten, wenn man so ein Spiel spielt. Und jemand sagte gerade irgendwas von Essen. Ja, ich muss jetzt Essen, genau. Ja, äh, lass uns kurz das Ding hier noch fertig machen. Ja, wollte ich gerade sagen, dann machen wir die Pause und essen alle was. Ja, ich hab eben was gegessen. Egal. Ich hab mich jetzt meine Ohren mal entlassen von der Zeit. Oder so. Das Geporto von ihr nervt so ein bisschen. Fantastisch. Das ist Phase, das ist der Phasewalk. Ich weiß, aber es ist im Prinzip Paul. Kannst du es auch spielen? No, das war der Excess im Ersten. 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 Aber der hat lange nicht so viel gebracht wie der Facelock. Klar, du konnte es drumrennen. Da ist eigentlich irgendwie dieser Phönix-Class-Mod drinne, die sie jetzt da halt praktisch hat. Dann hat man halt auch extrem viel Schaden bei den Gegnern gemacht. Ja, genau. Warum machst du das nicht öfter? Das mache ich doch öfters. Ich habe das heute erst zum zweiten Mal gesehen. Na, muss ich mir ja recht geben. Ich hab das auch noch zweimal gesehen. Dann müsst ihr mal öfters bei mir sein. Dann seht ihr es auch öfters. Schwer. Mach mal. Schwer. Sie kommen. Sie kommen. Die Schwer. Die Schwer. Ich hoffe nicht. Das hat nur deinem Leben. Ich bin sicher. Wir haben auch noch nichts mehr. Alltag. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich bin sicher, ich bin sicher. Aber das wird nicht wahr sein. zur Waffen raus hey wir haben waren kann man ja muss hier so verkacken außergöttlich sind keine Gegner mehr da doch da kommen wir jetzt dann gibt man ganz alles gleich vorbei nein da kommen noch zwei ich hab die Zeit hatten das ganz sagen keine Ahnung ich hab die Beschreibung wieder aufgeladen mein Dinger zum Beispiel meiner Ertäuschung die Residenz die Abkriegzeiten viel geringer als im ersten Teil naja Kölzer Schildmorde kann die Einmaleh die Menschheitsdinger da werfen als Vogelblatt Marcos wir brauchen die die Städte für sich Geld aus aber auch so ist es jetzt wieder verfügbar das macht mich unsichtbar Phantomen mitten der Schlacht ich hab mich mit dem Facebook 2.0 ich fand das so geil der letzte Party hochgeladen hat das Floschi ja da sieht man mich an einer Stelle wie ich da auf wie ich da sitz mit meinem Ganzen und sich äh seit Kettling da gefeuert aber du hast nur kurz die Kamera drauf gehalten leider so was etwas wo viele Letztplayer leider viel zu wenig achten die coolen Sachen dann auch wirklich zeigen ja das ist nicht mal aufgesagt was für kranke Sachen die sind teils sagen die Typen hier drin ja du weißt jetzt selbst verstehe ich sie gar nicht mit ganzem Lärm ich glaube und einer hat mal gesagt er lasst mir ein Mutter Hahahaha Alter wie stimmt wer dass sie töten sagen weißt du wie ich geguckt habe als ich das gehört hab Leute das ist doch mal einen töten ja nice oi da unglaublich neue Stärken neue Stärken nicht zu viel Scheiß aber du willst ein Thema mehr Team sein diese 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 Waffe ist ja mal cool das ist ein Sound Rifle mit einem äh Trommelmagazin das hat so viel rumzulabern die ganze Zeit weil man sollte ihn mal lieber auf Teamkameraden achten dann müsste der eben einfach sterben gelassen eigentlich sie theoretisch wenn du mit dem Gansohka so in die Treppe runterspringst kannst du einen auf Goliath machen das ist so das ist so was hallo sind wir eigentlich zum Glück ich rede ich gehe mal ich gehe mal zugehört ich muss nur jemanden antworten sollen ich gehe mal durch Speise zu mir nehmen ich bleibe aber hier stehen er teleportiert jetzt nicht gleich ja ja Luschi hier durch ja okay jetzt ist vorbei ihr seid die Kammer auf es sind meine Sirenenkräfte ziemlich umwerfend dank diesem Iridium Zeug keine Ahnung fahrt mich was passiert wenn ich jetzt in den Laden gehe während sie teleportiert dann können wir meinen Freund retten das suche ich jetzt mal aus bevor die Bloodshots ihn einkassierten sammelte Rowling Informationen über die Kammer und was Jack damit vorhat du musst ihn finden ich muss zurück nach Sanctuary und auf die Stadt aufpassen solange Rowling fort ist aber zuerst die Reaktion der Bloodshots Stronghold dort halten sie Rowling fest wenn sie überrascht so jetzt bin ich mal gespannt was passiert ich bin grad im Laden ich werde mitgeportet eiskalt ha 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 ich hab dich grad mal drei Meter weit bewegt oder so und ich muss uns geht und verteilen zack das erinnert mich daran dass es in Bloodshots Stronghold ich würde sagen wir bleiben eigentlich stehen sonst etwas trainieren bevor er es mit denen aufnimmt du machst dich übrigens gut da draußen weiter sehen ja ne ist klar ich würde sagen wir bleiben denn jetzt hier stehen da kann jeder noch mal kurz was essen oder was weiß ich und dann treffen wir uns gleich wieder hier ok ohne dass jemand weiter geht bis gleich bis gleich bis gleich e sodass noch